Mein Name ist Martin Böcher, ich kandidiere für die Brute als Spitzenkünder zu den Gemeinderatswahlen 2015 und ich werde Bürgermeister, Leute. Was wir wirklich machen werden, ist eine Art von Bürgerbeteiligung einzuführen, die nicht nur einfach irgendwo so eine Herrede ist, zum Thema Leute, weil ich selber was machen wollte. Wir machen dann eben daraus wirklich was, wo die Leute sagen können, ja, wir sind da dabei, wir sind eingebunden, wir machen was weiter. Wir werden so viel Druck auf den Gemeinderat ausüben, dass der einfach zustimmen muss und werden Leute nicht mehr gewollt. Wir wollen eine faire Berichterstattung an alle. Wir sitzen jetzt im Publikum da unten bei der Bundesdiskussion. Leute, schaut vorbei, fragt uns, tut was. Wir sind auf jeden Fall anwesend, aber eigentlich sind wir noch nicht.